Das Antenne Klingel Bingo Hi, wir sind die Antenne Muntermacher und ab nächster Woche spielen wir Klingel Bingo. Die Shopping City Sizepack hat mega coole Überraschungspreise für euch und das richtig Geniale, ihr müsst nix dafür tun. Fake News, etwas muss man nämlich doch machen, nämlich sich anmelden auf Antenne.at oder in der Antenne. Das hat die Michaela gemacht, sie wohnt hier. Für sie habe ich jetzt ein Überraschungsgeschenk und das gehört ihr, wenn sie es schafft. Ab jetzt innerhalb von 30 Sekunden hier zu sein. Also eine halbe Minute Zeit habt ihr noch ihr, vorausgesetzt, ihr schafft es in dieser Zeit, gehört eben das, was vor eurer Tür steht, euch. Dazu müsst ihr aber hierher kommen. Die Michaela hat bereits die Hälfte der Zeit verbraucht und es noch nicht geschafft. Sollte sie es also nicht schaffen, in dieser Zeit hierher zu kommen und dafür bleiben ihr jetzt nur noch ganz genau 5 Sekunden Zeit, dann gehört das Geschenk beim anderen. Schaut schlecht aus. 3, 2, 1, Stopp. Für die Michaela ist es vorbei, ich gehe weiter. Das Antenne Klingel Bingo 4, 2, 1, Stopp. 4, 3, 2, 1, Stopp. 4, 3, 2, 1, Stopp. 4, 3, 2, 1, Stopp. 5, 1, Stopp. 5, 1, Stopp. 5, 1, Stopp. 5, 1, Stopp. Untertitelung des ZDF, 2020